Willkommen zu einer Runde Tumulia 101's By the way, was im Moment irgendwie leider ein bisschen Standard geworden ist By the way, ich bin maximal lost und ich habe wieder mein falsches SotQ-Pack drin Ich glaube, das brauchen wir gegen den nicht mal das Richtige Es tut mir mega leid, dass wieder so lange keine Videos kamen Aber zum einen halt LKs sind anstrengend Ich habe jetzt anderthalb Wochen in Schule Und unsere Biolehrerin hat gestern einen Test über Proteine angekündigt Geil, Mann! Nee, vorgestern hat sie den angekündigt, für heute Tut mir leid, dass so wenig kommt, aber zum einen halt Schule ist sau anstrengend Vor allen Dingen zum Beispiel gestern halt Meine Lehrerin hat das angekündigt, dass wir am nächsten Tag Ich habe halt Freitag und Samstag Also ich habe halt Donnerstag und Freitag Sie hat halt Donnerstag angekündigt, dass wir einen Freitag zum Test schreiben Donnerstags komme ich um kurz vor sechs nach Hause aus der Schule Dann da durfte ich mich um kurz vor sechs dann hinsetzen und für den Bio-Test lernen Also zum einen bin ich gerade lost und zum anderen funktioniert gerade echt nichts Ja, also ähm, zum einen halt Ist es halt anstrengend Zum anderen, ich kann es nicht Ich kann mich nicht oft genug beschweren, so gefühlt Geil, dass er gar nicht leckt, danke Und Ja Ich kann halt nicht auf mein Macbook schneiden Das ist halt so einer meiner Hauptprobleme Ich kann nicht auf mein Macbook schneiden Und ähm Und in meinem Macbook funktioniert das halt nicht so geil Alles Also ich kann nur sagen Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich damals in den Sommerferien gebracht Oder damals, als wäre das vor 100 Jahren gewesen Also anderthalb Wochen her Also ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich in den Sommerferien gebracht habe Weil Jetzt wird erstmal wahrscheinlich noch Nächsten wahrscheinlich anderthalb Wochen oder sowas Mindestens oder zwei Wochen So sein, wenn überhaupt was kommt Dann wird es wahrscheinlich ziemlich low sein Ja, komm Komm Wenn mich weiter mit dem Bungen der kein Damage macht, find ich gut Der Typ ist doch ne Mongo Das habe ich jetzt nicht wirklich geschafft, oder? Wieso schwitzt der aber auch so rein? Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich in den Sommerferien gemacht habe Problem ist auch mein USB-C-Hub, den ich für mein Macbook zwangsweise brauche Ist kaputt gegangen Nein Und ich warte jetzt darauf, dass der mal endlich zurückkommt Also ich habe den eingeschickt Ja, darauf warte ich jetzt seit einem Monat, dass der mal zurückkommt Aber nevermind, ne? Das ist halt so ein bisschen im Moment mein Problem Ich meine, was soll ich machen? Ich könnte ihn jetzt drüber bestellen Ich könnte mir jetzt die ganze Zeit drüber complainen, aber Es würde mein Hub an sich jetzt auch nicht schneller nach Hause bringen wieder Ich werde mir bald auch wahrscheinlich eine neue SSD kaufen, für die die es nicht wussten Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag Tim hat mir nicht mal gratuliert Mein Tim ist der Einzige, der wusste, dass ich Geburtstag habe Von den anderen erwarte ich es nicht Aber Tim, dass Tim mir nicht gratuliert hat, das nehme ich schon sehr persönlich Ich habe noch ein bisschen Geld abgefarmt, unter anderem Und Damit werde ich dann halt, davon werde ich mir dann eine SSD kaufen Wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen Würde ich mich mega über like, comment, abo, etc, freuen Bis dahin, tschau Yo Und Diti Vielen Dank.